Was haben Sie? Vielleicht sitzen Sie auf meinem Platz besser? Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser. Gut, viel besser. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Oh. Und wir haben bei ihm eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein. Doch. Oh. Und da habe ich natürlich angenommen, dass Sie mit ihm Kontakt gaben. Und das ist Kommissar Dr. Müller, mein deutscher Kollege. Sehr angewähnt. Ich habe Herrn Dr. Müller versprochen, mich dafür einzusetzen, dass Sie ihm Ihr berühmtes Kartoffelsoufflet-Rezept verraten. Oh. Das wäre sehr liebenswürdig. Pardon, aber das ist ein Berufsgeheimnis. Das kann ich so gut. Nur für den Privatgebrauch, verstehen Sie? Na gut, dann werde ich mal eine Ausnahme machen. Aber nur, weil Sie es sind. Also, passen Sie auf. Sie nehmen ein reichliches Kilogramm Kartoffeln. Für wie viele Personen? Das kommt ganz drauf an. Für sechs Personen normale Esser oder auch nur für eine Person von dem Umfang. Etwa so. Also, man nehme ein reichliches Kilogramm Kartoffeln, einen Liter Milch, drei Landeier, 69 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Mitgekommen, Herr Dr. Müller. Ich wiederhole. Ein reichliches Kilogramm Kartoffeln, einen Liter Milch, drei Landeier, 69 Gramm Butter, Salz und, und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Signor Giganti, Herr Kommissar. Haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller.